Michelle Matisiewicz Zwei Dinge bedrohen unaufhörlich meine Welt, Pater. Die Ordnung und die Unordnung. Haben Sie noch nie mit dem Rücken zur Wand gestanden? Es gibt einfach Dinge, die man nicht rückgängig machen kann. Ich werde dich tun. Die können uns ja nichts. Wir sind jetzt freie Bürger der BRD. Während wir hier quatschen, wird die deutsch-deutsche Grenze von den Brüdern immer undurchlässiger gemacht. Mein Name ist Manfred Brettschneider. Ich wohne in Hamburg und werde hier widerrechtlich verhaftet. Ich wünsche es euch allen dreien so sehr. Aber es gibt nur einen Gewinner. Der Deutsche Fernsehpreis in der Kategorie Bester Schauspieler Hauptrolle geht an Michelle Matisiewicz. Bester Schauspieler Hauptrolle Toll. Ihr habt einen Namen richtig geschrieben, super. Ja, drei Filme, äh, puh, wird eine lange Dankesrede werden. Angstvolle Gesichter. Ja, die nächsten Sendungen, die verschieben sich um circa anderthalb Stunden wahrscheinlich. Und, ich mach's kurz. Ich werde meinen Leuten ganz persönlich, dank Unterfährung, das kann ich besser, das finde ich auch viel schöner. Natürlich von hier aus Dank an die Jury, ich freue mich total, ich bin gerade etwas fassungslos. Ich freue mich aber am meisten, dass es meine drei mir liebsten Menschen hier sind. Mein bester Freund, meine Frau und vor allem meine Mutter. Mama, guck mal, ist für dich, ist nur für dich, nur für dich, Mama. Schönen Abend noch, danke. Ja, Bussi für Mutti. Glückwunsch zum Sohn. Bringen Sie ihm noch einen Krawattenknotenbrei, dann ist perfekt.